Warum darfst du da anfangen? Da ist die ewige Schwanzwerke. Ja, kräftig, aber nicht viel. Ja, das ist das Kennen, wir lassen uns das, was geht immer was. Nee, nicht schaust, wenn keiner sehen, was geht immer noch mal. Das ist nicht so einfach, die ich das mit der Forengeklarte habe.